also leute das könnte was werden ja okay cool ist das ein error pack hier ist doch die weiße und unten ist viel zu lang schnick schnack schnuck wir und jetzt werde ich wie immer verliert schnick schnack schnuck das gibt es doch nicht seit ein herrscher in amerika immer schon muss man tanken wer musste immer tanken ja ja uns fehlt ja noch ein bisschen was für unser master set und uns fehlt natürlich wie immer den youtube also wir wollen unbedingt das youtube ist auch für mich eins der schönsten setz hier ja echt jetzt also scheinen legends oder schimmernde legenden oder den top 30 absoluten weil das crew mut hat einfach mega nice ist und dann noch so viele andere coole karten mit drin sind unter anderem das schimmern im new dann haben wir noch die anderen youtube karten mega also gefällt mir sehr sehr gut wo ihn zum beispiel gefällt mir jetzt nicht so gut genauso wie der euro kex aber das kann man dann verkraften ja golgantis an dieser stelle unten gold wird irgendwie war suro kex das sind die ganzen pokémon tyrakrok rossana alter reverse real ist auf jeden fall schon mal ein guter pull hier richtig nice uhr man kennt die alle ja mann okay ja mann 21 ok ok kann man machen reich ist okay könnte schlimmer sein könnte schlimmer könnte schlimmer sein definitiv ja gut nächste mio an dieser stelle okay da haben wir die energiekarte euro kex golgantes tausch mit zunder brauchen wir übrigens noch in reverse halt für das master set barmelin pikachu wieser sagen wollte ball haben wir schon ziemlich häufig und jetzt ist okay ist okay ist eine holo karte ja ist auf jeden fall ok next leute sunny lag am start sauer momentan ist das nun schlägt nun haben wir auch schon seit ewigkeiten und ich kann es von nämlich aussprechen so war er war krank was sind das denn schon wieder für starke packs hier da will ich direkt weitermachen mit dem ganzen regal ich glaube krass dieser flor sehr nice pokémon fänger oder ist rettern let's go so gut ja barmelin plus jetzt schon wieder eine rollo wäre krank die pull rate ist heftig bei diesem shop ist ja echt heftig mit zunder immer so knills ich enttäusche euch noch leute water spoon energy elektronik kleopada geiler name karonimani dieser sagen wir brauchen noch aber ja den brauchen wir sogar noch gesagt wir brauchen wir noch ja man jetzt ist das krio music ist das fast wie ein glugrack für mich all right energy okay man jetzt kommen kommen wir das mut noch mal das gefühl damals weißt du noch so geile momente hier im stream ja ich weiß es nicht gerade gesagt den haben wir schon nein egal kommen youtube krio youtube bitte gib ihm es war fast bojelin irokex come on volgantes ihr wisst was wir ziehen wollen jetzt habe ich euch gerade gezeigt so ja barmelin plus le zunder brauchen wir auch noch ein reverse ne bojelin braucht kein mensch aber das hier braucht jeder nach so jeder hier im chat ist jetzt einfach mit alles an die lack aus los let's go energy wenn die blitz im namen heutzutage ganz ehrlich in welches kind kann sich das dann merken ich kann mir das merken die nur für die blitz hallo mama ich habe die nur flieblitz gezogen kann ich meine kommen du siehst sowieso wieder die holos jetzt hast du mich wieder abgehängt wollte weil kommen das brauchen wir doch ja ich schwör das ist eine reverse jetzt kommt erst mal youtube und und no way no way energy die mucke kleopada ramoth pokémon fänger so beruf will was so er ist er ist also nicht ich das nicht ein das thema dadurch ich lasse es weg das thema dieser flor geil überball kleoparda pikachu mann rett an ich war da was war melin plus ne worte energie brauchen wir noch nice haben wir zwar schon aber trotzdem habe ich auch letztes mal im adventskalender gezogen aber schimmernde pokémon das geht immer eigentlich den energie jetzt haben wir das mit leute weiß ja auch nicht wenn irgendwas nie so trau kein promi ich habe ein paar infos für dich ihrer kock die kopie und wir fahren wir die menschen mieter in kaming schon wieder was schimmerndes etwas geht ab leute seht ihr das schimmerndes raiquaza was das für eine dope karte ist für eine geile karte wollte ich auch gerade sagen wie geil sieht die aus kampf energie arbok der arbok hat gar keinen partner quatel minon wasana suro kex knitz sie holt bestimmt wieder eine holo jetzt sie hat ein peck geholt oder ja aus dem regal ich weiß nicht nehmen ja ja mann wie versäglich brauchen wir noch geil sie zieht wieder das peck raus ich schwöre ente kommt jetzt als gx genau so wasserenergie kleoparda fablusenergie pokémon fänger rettern so ruia barmelin plus mitsunda kommen das ist eine coole reverse aber schwache karte das war es noch nicht so richtig was hast du denn gesehen habt ihr das auch gesehen kira krok 1 1 1 und kirk wo man sich denke wahrscheinlich rei quasi war schon ein krasser kick ein euro kex brauchen wir glaube ich noch echt eine hässliche karte finde ich mit diesen ganzen farben das war das dunkle glaube ich ja der ente schon wieder das gibt es doch gar nicht super ball abok komm pokémon züchterin pikachu dieser samen kommen gibt mir das mutter jetzt quatel dieser knosp baldorfisch golgant das haben wir gerade schon gezogen let's go kommen man ich habe immer pech alter die scheiße ich habe es aber leider nicht meine spanish freunde pfuegro komm mit spaniola mitsunda garpils ich habe bock komm hatten wollen auf jeden fall noch nicht und letzte ist so verlierer macht den abwasch die sucht hat gekickt und wir machen jetzt noch ein evo pack battle du hast ein bluback also das ist haben wir schon mal beide eine secret rare ok also ich bin hier hier ist die und da ist dann ich habe doch nicht gelogen leute ich sag's euch doch bis jetzt bin ich immer noch stärker bis jetzt das service pikachu ist schon krasser ja natürlich ich bin aufgeregt nix war energiekarte ok jetzt kommt die reverse ok ok jetzt entscheidet schon so ein bisschen wer der gewinner ist langsam 21 und nein und nein hier haben wir nur noch break bis jetzt führe ich bis jetzt führe ich definitiv ok last one holen und jura graus da bin ich ja auch nicht böse macht die die gestütze ok 321 mutiger ich habe das stärkere pack definitiv definitiv ich kann jetzt aber nicht helfen 10 stück genau ja genau 10 stück aber richtig nicht so frauen ja wie auch maus wenn du keine challenge mich lachen 3 noch tiefer junge doch ja ja kommen weiter runter noch was schreitst du so du spartaner einer noch nein einer will noch von mann ist doch scheiße einer will noch ich meine ganz tiefen ok ja machen ganz tiefen hoch hier soll ja check ja check hier 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 Vielen Dank.